Hi liebe Leute, ja ich bin heute in Willingen unterwegs, ist jetzt schon kurz vor Saisonende und nach einem kleinen Servicecheck habe ich mein Testrad von Instinctive wieder, also 29er und das würde ich ganz gerne jetzt mal bei Videodrehs und so wieder fahren, habt ihr schon kennengelernt, ich verlinke mal unten das Video und ich möchte auf der World Cup Strecke in Willingen, also die alte legendäre Strecke, ich muss mal schnell zur Seite gehen, weil hier Leute kommen, ihr seht das, hier fahren die wirklich schnell, die Downhäller so, das ist aber eine zweigeteilte Strecke, das heißt man kann entweder die Hauptlinie, die von den Downhäller Races und so nehmen, mit Gaps und Sprüngen oder man fährt hier außen lang, das ist jetzt sogar offiziell so geregelt, ich zeige euch das mal kurz, hier ist jetzt mit so Schildern, das ist geregelt ja, also da habe ich ein Video zu gemacht, das verlinke ich mal, das habe ich ein bisschen provokativ genannt, die World Cup Strecke, die auch Tourenfahrer, die technisch gut sind, fahren können habe da ein bisschen Ärger für bekommen, aber im Endeffekt haben die es sogar dann so gemacht, dass sie das getrennt haben, jetzt hier die Strecken und jeder kann hier seine Linie finden so, das Thema heute, hier mit meinem Endurobike, also gut fahrbar, Stufen fahren oder droppen und ich kann aus Erfahrung sagen, dass so natürliche Kanten oft auch fahrbar sind im technischen Gelände im Bike Park ist es aber oft so, diese Holzelemente, dass die wirklich nur zum Droppen sind und nicht mehr zum Abrollen ja, und ihr seht hier das Schild, Dangerous und hier seht ihr die Kante, im Video sieht natürlich immer alles klein aus hier haben wir jetzt diese Kante, die wollte ich zeigen, die kann man halt gut rollen man muss ein bisschen gucken, hat man ein tiefes Tretlager, kommt man da auf, aber eigentlich passt das bedenkt dabei, wenn ihr euer Körpergewicht auf dem Fahrrad habt, ist das Tretlager noch ein bisschen tiefer und hier ist natürlich noch eine kleine Gap-Version und generell kann man in dem Areal, wenn nichts los ist, an den nächsten Stellen da auch schön ein bisschen Gap-Springen üben das ist immer gut, wenn die Holzelemente auf der anderen Seite vom Ettelsberg, wenn die alle nass sind dann kann man hier halt auf den Stein kann man noch gut ein bisschen droppen und so weil sonst würden ja alle Holztrops, die sind ja bei Nässe gesperrt ok, dann möchte ich euch das mal zeigen und wie man das rollt oder droppt und ein bisschen die verschiedenen Techniken wichtig, wenn ihr es abrollen wollt, ihr habt vorher die Tretlagerhöhre gecheckt schön die Schulter zum Lenker bringen und dann das Vordrad runter lassen so liebe Leute, hier auf der Down-Strike, hier ist es so, ich habe jetzt oben einen stehen, den Alex und man kann ja als Kursleiter für die Bikeshut, wenn man das anmeldet, auch ein bisschen coachen. Man kann als Influencer oder auch was filmen, aber bitte nie in der Strecke rumstehen. Und der Alex sagt mir Bescheid, falls jemand kommt und ich bin sofort weg von der Strecke. Ich will euch das mal zeigen. Man kann an dem Drop hier, den ich gerade gerollt bin und dann gedroppt bin, kann man jetzt natürlich noch viel mehr Tempo nehmen und den viel weiter rein droppen in die Landung von diesem kleinen Gap, wo der Fels ein bisschen dicker ist. Also das da. Hier kann man dann immer droppen, immer schneller, immer schneller, immer weiter und dann kann man sich rantasten, wenn man das Gap springen will. Super coole Sache. Also die Step-by-Step-Methode geht hier richtig gut. Ja, dann möchte ich euch noch eine, zwei kleine Technikvariationen zeigen für den Drop und ich würde sagen, dann seid ihr inspiriert, auch mal in Willingen hier hinzukommen oder zu Hause Kanten zu suchen, wo ihr auch euch Schritt für Schritt rantasten könnt. Zum Beispiel in Nürnberg, im Steinbrüchle war ich mal, da gibt es auch so ganz viele. Erst zum Abrollen, dann zum Droppen. So, Fahrrad, super smooth die Federung, 29, rollt natürlich. Biker kommen. Okay, Biker kommen schnell von der Strecke runter und dann bestaunen, wie sie fahren. Also ihr seht jetzt noch einmal von oben, was ich meinte. Hier ist ja ein Gap-Jump, das heißt, man könnte hier von der Kante dann über da, wo die Wiese ist, hier da in die Landung reinspringen, also von der Kante hier bis da hinten. Aber man kann sich auch rantasten, indem man erstmal hier die kleinere Kante springt und dann, ich muss mal zur Seite, so der springt hier sogar, genau, und der hat den kleinen Drop genommen und da noch ein bisschen gegappt, super. Also man kann quasi in die gleiche Landung springen, das wollte ich damit jetzt sagen, von der Weite her, indem man den kleinen Drop, den man sogar fahren kann oder droppen kann, immer weiter reinspringt und dann hat man eine Art Speedcheck und weiß dann nachher, wenn man das große Gap springt, wie schnell man sein muss, dass man in die Richtung kommt. So, liebe Leute, ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Es ist jetzt kein richtiges Fahrdinnig-Video, es ist aufwendig gefilmt, sondern ich habe einfach nur die kleine GoPro ausgepackt, um euch ein bisschen das zu zeigen. Ich will euch inspirieren. Ich habe schon mal ein Video gemacht, da haben ein paar Jüngere vielleicht, die eh schon krass unterwegs sind, ein bisschen gegrinst. Ein paar Ältere, die so mein Alter oder älter sind, fanden es aber auch ganz cool. Das heißt, Rampage drops daheim, dass man also auch im Wald irgendwelche coolen Kanten findet und dann der Erste ist, der dann da runter springt, dass man sich ein bisschen Landung feil räumt, aber natürlich bitte alles so hinterlässt, wie man es vorgefunden hat, nichts, keine Spuren in den Wald zieht oder so, aber so ein bisschen Freestyle-mäßig. Ja, und jetzt bin ich gerade im Bikepark, genau. Jetzt kommen wahrscheinlich hier ein paar, ähm, Ja, ich hab's gehört, äh, kommen ein paar Radfahrer vorbei, aber das steuert ja nicht. Ähm, ja, und ihr seht jetzt hier nochmal, da ist dieser Drop. Und das Interessante ist, die meisten fahren daran vorbei, weil die den gar nicht kennen. Äh, die Downlack gappen eher dann eh den Hipjump. Also man kann den ganzen Hügel als Hipjump nehmen, aber zum Fahrtechnik üben sind diese Drops da, einfach mega cool. Ähm, und da unten, ein Stückchen weiter, das gleiche nochmal, da kann man auch wieder kleine Drops üben oder kleine Gaps üben. Wie gesagt, gerade wenn ihr mal hier seid und es hat geregnet und man kann die ganzen Holzsachen nicht fahren, hat man hier eine gute Spielwiese, man darf nur nicht auf der Strecke rumstehen, ich stehe jetzt hier auf so einem Wiesenstück, also neben der Strecke, genau. Ja, also ihr habt gesehen, ich hab's ein bisschen weiter gesprungen mit mehr Tempo, ich hab's abgerollt ganz am Anfang, ich hab's normal gedroppt. Ähm, da kann man echt gut die Techniken üben, das muss natürlich vorher alles sitzen. Ja, ja, dann werde ich mir jetzt, äh, das 29er hier nochmal richtig schön rannehmen hier, auf den ganzen Wurzeln und so, wie ihr hier seht. Und, äh, wir sehen uns im nächsten Video, bis dann. Und, äh, wir sehen uns im nächsten Video, bis dann.